Es spricht der Führer. In ihrem Gesamtbild aber will kein Orden sein. Es spricht der Führer. Wнимание! Говорит Москва! От Советского информбюро. Es spricht der Führer. Es spricht der Führer. Es kommt der Führer. Es kommt der Führer. Ich weiß, dass sie sie in der Führer. Ich weiß, dass sie sie in der Führer. Ich bin der Führer. Sie sind da, in der Säde. Ich bin der Führer. Ich bin der Führer. Ich bin der Führer. Wir sind hier. Wir kommen hier. Ich bin der Führer. 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 Wir gehen in den Dürfen. Und mit dem Gas weillen. Und die Führer. Und mit dem Schraub wir in den Schraubchen, in den Schraubchen, im Schraubchen. Es war ein schwieriger Kampf, alles wie mit dem Spreuzonk. Und ich kann mich nicht mehr überlegen, dass ich aus 1000 Menschen weiß, dass ich ihn nicht mehr überlegen. Aber wie зовут, ich habe ihn gefragt. 2 Maja 1945 года, войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев совершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии городом Берлин. Продолжение следует...